G-Class Meine erste Erinnerung der G-Class war, dass Jacky Ickes das Paris-Dakar-Rallye in 1983 gewinnen hat. Für mich ist die G-Class ein einzigartiges Fahrzeug. Egal wo man hinkommt, die G-Class erregt immer auf Sehen. G-Klasse war für mich immer schon da. Der Anspruch an die neue G-Klasse ist klar. Da, wo G draufsteht, muss auch G drin sein. Und das bedeutet, die G-Klasse ist heute erstens klarer Benchmark im Offroad. Das muss sie auch bleiben, beziehungsweise noch etwas draufsetzen. Some people ask me how we look at some of the different markets, and the different requirements that those markets have. We take the ingredients that we already had, we simply make them better, and we're pretty confident that the markets will be pleased with that. Well, certainly our customers will expect a lot of power. They expect to be able to go anywhere in their G-Class. They also expect that that new G-Class is going to be exactly how they want it. It's going to be the color they want, the wheels they want, the expression they want on the exterior and the interior. And we're going to be able to just deliver that, so they'll be very happy. Der russische Kunde erwartet, dass die G-Klasse eben die G-Klasse bleibt. Also im Äußeren und auch im Gelände. Die neue G-Klasse bleibt eine G-Klasse nur besser. Die G-Klasse ist quasi eine Brand. Mit über 30 Jahren der Geschichte. Natürlich ist es eine große Verantwortung, die die G-Klasse wiederentwickeln. Die G-Klasse ist eine große Herausforderung. Wenn wir das Projekt begonnen haben, wir mussten uns mit unseren Designern sprechen, dass sie wirklich sehr vorsichtig sind. Die G ist die G. Und ich glaube, dass wir nicht grundsätzlich das ändern können. Wir müssen die originalen DNA und Charakter des Autos. Wir müssen es nur in eine neue Generation bringen, indem wir es mehr clean und mehr kontemporer machen. Und natürlich, wir müssen die Proportionen ändern, um die nächste G-Klasse zu werden. Es gibt definitiv innovations in diesem Auto, wie die U.I. mit einem wide-screen in der Mitte. Da es sich bei der G-Klasse um die Ikone im Konzern handelt, war klar, dass wir uns mit respektvoller Behutsamkeit an die Neuentwicklung heranwagen. Aber auch sicher mit Mut, Entscheidungen zu treffen und dem Kunden auch entsprechenden Mehrwert und Kundennutzen zu generieren. Die größten Veränderungen an der G-Klasse war sicher die Umkonstruktion der Vorderachse und der Lenkung, um dem Kunden noch mal deutlich mehr On-Road-Performance in den Fahreigenschaften mitzugeben. Weiter haben wir den Rohbau und den Leiterrahmen stark angepasst, um den hohen passiven Sicherheitszielen gerecht zu werden. Und wir haben den Triebstrang noch mal komplett überarbeitet, um auch in Themen der Antriebsstrangeffizienz und Traktion noch mal ein deutliches Plus mitzugeben. Wir haben die jetzigen Möglichkeiten, glaube ich, sehr gut ausgeschöpft. Da muss man behutsam vorgehen, damit der Klassiker der Klassiker bleibt. Aber dennoch war es die oberste Prämisse dem Kunden deutlich mehr zu geben. Und das haben wir sehr gut erreicht. In order to ensure a real On-Road-Performance, also within our G-Class, wir entwickeln eine komplett neue Power-Train. Wir haben eine komplett neue Transmission System. Wir nennen es AMG Speed Shift Plus 9 G-Tronic. Wir haben eine G-Class engine in der G-Class die noch mehr Power gibt, als die die wir jetzt schon erwähnt haben. Wir haben eine vollen Package, die die Leistung auf dem Weg zu machen. Der größte Herausforderung in der Entwicklung war sicherlich dass die G-Class eine G-Class ist. Die Mercedes-AMG G-Class will stay top-of-the-line-model und offert ein Maximum in terms of performance as well as lifestyle. Ich persönlich persönlich ich freue mich auf den ersten Lachen, den ich auf dem Gesicht unserer Kunden oder Journalisten sehen werde, wenn sie das Auto für die erste Mal sehen, und natürlich fahren sie. Also aus meiner Sicht ist in der Fertigung vieles ganz besonders. Das beginnt, wie das Fahrzeug zusammengebaut wird. Der große Anteil an Handarbeit und die Komplexität, die wir hier auch den Kunden bieten können, weil wir in Handarbeit die Fahrzeuge herstellen. Das Herzblut, die Motivation jedes Einzelnen, hier tagtäglich das Beste zu geben und hinter dem Fahrzeug zu stehen, das ist spürbar und darauf ist man hier sehr, sehr stolz in Kraft. Das ist sie, unsere neue G-Klasse. So frisch vom Band, es fehlt eigentlich nur noch der Stern. Das kantige Design des Geländewagens bleibt erhalten. Die G-Klasse bleibt mit ihrem äußeren Erscheinungsbild eine Ikone. Zur G-Klasse gehören eben auch die Geländeeigenschaften. Das sehen wir vorne an den Stoßfängern, wenn es um Böschungswinkel geht, genauso wie die Bodenfreiheit. Aber auch das Fahrwerk ist absolut bemerkenswert. Wir haben eine Einzelradaufhängung an der Vorderachse, fünf Lenker Hinterachse, die uns sowohl im Gelände wie auch auf der Straße erheblich mehr Komfort bietet. Und wenn es um Komfort geht, glaube ich, lohnt sich auch der Blick nach innen und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, im Fahrzeug sieht man gleich, wir haben das Interieur komplett überarbeitet. Wir setzen neue Material in den Schalter. Wenn man hier drin sitzt, merkt man es auch gleich, wir haben viel mehr Platz im Fahrzeug. Hier vorne und genauso auf den hinteren Plätzen. Und auch die Sitze sind komplett neu für unser Fahrzeug und bieten sehr viel Komfort. Es gibt aber noch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch gerne zeigen möchte, die uns hier in Graz ganz besonders wichtig waren. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Die G-Klasse ist stärker. Ist stärker. Ist stärker. Ist stärker. Ist stärker. Stärker als die Zeit. Jeder trennt. Als ever. Als Stahl. Als Schöckl. Als die Zeit. The new G-Class. Stronger than time. Done. Toast tweeted. Das moyen? Do split motion? Look какие Omar książ. Find gentlemen. rusde Es ist ein schönes Europas. Als Rei. Er in München. Die stattfindet fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020